Was ist das? Sag es mir! Es geht nicht gar nichts an. Gibt es Fahrzeug. Die Männer und Frauen vom großen Kanu, wohin gehen sie mit dem Wagen? Die Männer und Frauen vom Kanu, wohin gehen sie mit dem Wagen? Nein, das war Kupa. Und dann weiter ins Land und kommt hier und es gehört dort Land. Euch gehört Land da? Die haben es von der texanischen Regierung verkauft. Die Texaner verkaufen Land, das sie nie besessen haben. Wie viele von euch werden noch kommen? Viele. Viele. Eure Waffen haben wir nun zu verteidigen. Wir wussten nicht, dass es eure Land ist. Wir wollten euch nichts wegnehmen. Wir sind Bauern und Handwerker. Wir wollen Frieden. Deshalb sind wir hier. Deshalb haben wir unsere Heimat verlassen. Bist du eine Frau, die eine Stimme hat in ihrem Volk? Ja. Und Cecil auch. Kann ich jetzt bitte das Papier wiederhaben? Wieso ist das Papier so wichtig? Er hauptsächlich. In der Haar stehen die letzten Unterne meines Mannes. Alles, was er mir nicht mehr sagen konnte. Dafür habe ich aufgeschrieben. Ich konnte mich schon mal sterben. Jetzt habe ich ihn immer bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020